so warte nur noch zehn sekunden wir laufen schauer über den rücken let's go drei zwei eins das war's mir zu hoch oh bei uns ist direkt eine cave ich hole schon mal Holz kannst du äh das ist so ein schönes Bild ich würde steigen aber wie viel ja ich so ungefähr 12 Loks ich hab dir eine Pickel gemacht kommst du zu unserem Sporn ich bin schon da sie hat hier warte ich muss noch ein paar mehr noch haben wir haben auch gleich wieder eine Pickel aber jetzt höre ich immer dieses das die so ein Lkw rückwärts war ja genau so warum kommt das ich würde glaube ich nicht in die Schlucht gehen oder ich weiß nicht ja wir können ja einfach in eine andere cave gehen weil ich denke doch gehen da um den Fatschio und so hin äh hier hier Holz für dich das sind Türks genau können wir hier rein oh das ist die Schlucht ja okay egal wir gehen da einfach rein da drüben ist auch eine Schlucht wir können doch einfach hier rein hier in die Schlucht oh Gott ich bin runtergefallen das ist doch das war's mit so ja wir können ja einfach in irgendeine jetzt ist ja auch egal oh pass auf dort unten sind Küper 3 die Küper Gang nee hier gibt es jetzt nicht mehr die Säge auf die Creeper drauf ich bin schon bei denen ich hab Angst ach ich hab Angst wieso mach ich das hab sie ich hab Angst oder ist dort noch einer ich hab zwei getötet ich hab sie ich hab sie ja nice jetzt hab ich 50 wie schnell baust du ab ich hab halt schon abgebaut während das Event begonnen hat und ich mach mir ins den Preis und Pickel dass ich schneller abbauen kann ich hab 14 Alben übrig ok ich brauche bisschen für zwei Alben und Spitzacke ok äh ich geb dir mal alles außer 3 also 10 ja ok scheiße das sind ich hab da noch 4 übrig aber ich bin halt nicht gut in Mathe ich kann dir zwei zurückgeben oh THX das ist sehr nett von ihnen können sie mir Pilze geben ich hab keine ich denke du hast welche gefarmt ja ich kann nicht so wir können wo von mir aus ja 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 nice direkt vor der Schutzseite jetzt geht er nach oben ich muss fooden na food schneller ich hab Angst ja food schneller ja warte ich schieb kurz ein Fresskick Essen inhalieren einfach ja Sparktik Twitch.tv hat kaum stuff und er schreibt also wird er nicht mit seinem Mail richtig komplizieren können treffen wir eh nicht glaube ich ja aber falls man den irgendwann mal sieht oh gleich wollen wir einfach weiter hier lang rennen doch vorne ist jemand sneak Flamme oh Gott weg weg oder ne dann treffen wir auf du lass weg lass hier lang lass rechts äh hat uns gesehen ne äh ich hab durch die Wand ihn gesehen denk aber denkst du hat uns gesehen nach rechts mehr ja jetzt kommt diese dumme musik muss man die jetzt die ganze zeit hören ne er ist weg von uns gegangen also er hat uns garantiert nicht gesehen egal ich renne lieber weg aus sich halt ja ich auch sobald jemand stirbt kommt die ganze so bum bum ja ich weiß so am Anfang kommt es dann so oft jetzt gleich und jetzt nochmal immer wenn jemand stirbt kommt dann ich dachte grad ich hätte nach rechts wimbos und der tonne lexis drauf oder ja will ich sagen ok pass auf die haben safe lava oder so wir rennen ich weiß nicht wollen wir wegrennen oder ich weiß nicht na lass abdrehen nach links wenn die auf uns gehen dann turnen wir ja aber die wollten uns nicht fighten ich weiß auch ich glaub die sind schon gut ja die sind gut und ich wir haben halt keine lava oder so ja hinter uns lohnt so ein tipsoi oh wollen wir drauf turnen ja oder ok einer hat ein crit crit auf tipsoi noch ein crit auf tipsoi einer hat ein crit ich muss es so besser noch ein hit auf lorex ich bin full ich kenn sie was für elz ich bin hinter dir lass auf lorex gehen ja kannst du mich boosten ah ne bist zu weit hinten ich kann mit raiden der denkt jetzt ich bin low und turn gleich auf mich safe ja tippsoi lässt ihn alleine uah der abe warte rennt der jetzt zu Wim kann sein das wär blöd oh stell dir vor der hätte jetzt Lava hab ich auch mann ich wollte den Kill ich hab die äh ich hab den hier ja jetzt auf tipsoi der war in dieser nein ja der ist hier oh von taubi oh ja aber ok komm weiter hier lang der tipsoi ist in diese Richtung gelaufen also und ja ich hier so go 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 wahrscheinlich auch ins Wasser gegangen ah dort es sind seine Blöcke sicher er hat seinen Maid wirklich im Stich gelassen Manny ist niemand doch Fuchsel Fuchsel und Kinja Fuchsel und Kinja ja da gehen wir drauf auf jeden Fall lass ich boosten ne lass mal noch nicht boosten weil dann wären wir solo und wir haben sie noch nicht äh low gemacht ja wir haben sie zurück außerdem ist ja grad weg zu spät ey oh Kinai ist echt weit hinten er hat schlechtes movement ja jetzt wird's äh spannender oh sie trennen sich hä warum oh Kinai geht doch ich hab jetzt richtig gut geschnitten ja ich kann ich auch gleich boosten ich kann ihm dann gleich ein Crit geben aber es ist halt Dreck egal oh wenn er ins Boot geht er ist am Arsch er ist am Kinai gehen doch nicht hä ich hab seinem Boot nen Hit gegeben aber es hat nicht der ist so slow er hat nen Quirt kannst mich boosten hab keinen Hit davor kommt oh mann ich will den Kill boost oh ne doch nicht du musst kurz hast du nen Dia oder hab ich ihn? ich hab den Dia safe gestakt weil ich bin durchgelaufen und hab ihn ansonsten hast du ihn ich hab halt schon ein wir und hätte ihn dann gestakt ja ich halt möglich nicht ja ja dann hab ich ihn ey ich schneid links weil die Border kommt ich geh auch links du hast schon wieder alles Food bekommen ey und du hast schon wieder den Kill ist doch so ein Müll er turnt doch nicht er läuft wieder weg er wird sterben mein Wasser ist weg hab's wieder darf ich dann diesmal den Kill bitte ne doch komm schon ich muss meine Stats pushen Alter ja dann hab ich aber wieder null Kills in einer Runde obwohl ich den die meisten Hits gegeben habe das geht oh und danke dass er das für uns weg gemacht hat nett von ihm er muss weg er heißt er als Fuchse saft und nicht mehr Fuchsen quaff ja oh jetzt hab ich auch wieder ein Boot von ihm bekommen echt nett zu Trocken ich kann ihn nicht posten ne brauche ich auch grad nicht er geht wieder ins Boot save ja ich will etwas weiter hinter oh äh hab mit auf ihn kriegst du ihn was soll denn Kritt ich krieg ihn locker ich lass ihn bitte bitte mir noch ein Hit nein bitte bitte er ist war nicht bitte nein du oh sorry aber Mann Ziro war auf all Ziro ist schlechter geworden Mann ey du hast ihm einen Hit gegeben ich hab ihm Kritt einen Hit Mann Ziro ist echt schlechter geworden du bist so gemein ja tu ich hab drei Dias wollen wir noch sparen oder was wollen wir machen auf keine Ahnung ey hast du Äpfel? weil ich hab 10 Gold das den kriegst du oh da ist jemand das sind Massenfighter das Böse und Alex rett hinter uns ist auch jemand rett einfach rach oh Gott nee komm auf die Francie One und Lennox hinter uns ist aber ein Massenfight nee die gehen nicht auf uns die fighten auch unter sich dann können wir gehen die rechts von uns ist ein Solo trotzdem weiter auf die lass auf den Solo komm weiter auf die ich geh auf den Solo ja okay dann gehen wir auf den Solo halt ja aber der rennt jetzt in dem Massenfight safe oder ich weiß warte ich schneid mich tot das Alex und Prissy das Alex und Prissy links komm land komm land komm land nein warte ich bin bei ihm hallo die killen dich komm zurück ja du bist tot du bist tot wo sind die denn die sind nicht bei mir hinter dir hinter dir hinter dir Ziru oh Gott jo oh Gott Ziru ja die boosten sich jetzt ich ey warum kommst du nicht ich bin hinter Alex oh die turnen die turnen ja die turnen auf mich renn hä renn die gehen die sollen auf den Solo gehen keine Ahnung was die machen renn einfach renn weg wenn die auf den Solo gehen hast du Glück Alex mag dich doch oder nein ich bin tot ja nein halbes äh ne sie haben ein Keksi ich hab ein halbes bitte komm fahr weiter versuch über den Fluss zu entkommen die sind grad zwischen mir und dir lassen die ich glaub die lassen mich wenn du weg kommst weil ich bin grad auch wieder weggekommen ich war grad auf zwei Herzen ich bin drei Herzen fahr weiter geh äh fahr ganz weit weg wir können uns später wir müssen auf Spielertausch hoffen ja ok scheiße ja ok hoffentlich treffen wir uns wir müssen Solo sie lassen von mir ab sie lassen von mir ab sie bleiben stehen wegen Spielertausch ich kann einfach weg ich bin voll scheiß auf die ich renne Solo hinterher wirklich ich weiß sag dir ne Korts nochmal äh da wo wir wo du Prüsi gesehen hast ne ich kann ich weiß nicht wo das ist sag einfach schnell die Korts please äh 200 und 500 500 oh Gott dann muss ich wieder zu denen in welcher Richtung rennst du äh Richtung Nord-East oh nice ja äh ne geh nicht Richtung Nord-East dort sind die rennrichtung er ist selber laber plötzlich ab ihn lösch oh schade er ist selber gelöscht ja ich hab'n dir ah nice wir können dir schon machen aber geht er please weg die waren im äh Südosten ich hab'n ich bin bei 100 und 500 jetzt 100 500 komm 200 500 200 500 oh Gott ich will wirklich nicht zu sehen ich mach's ich mach's tu es dann tu es für die Diaschuhe ja darf ich die Diaschuhe ja wenn du herkommst kriegst du Diaschuhe ich bin jetzt bei 200 400 ah ich seh dich hier hinter dir ach danke hier als Melodo kriegst du dir oh by way ich hab jetzt 4 Kills und du hast 0 ja ich hab zwei Äpfel geh da weg die sind dort wo du grad mal bist die hat mir verfolgt sind war ja aufm halb einfach ja ich war oh dort vorne hat sich jemand getauert tauerns verboten bang ja aber der ist garantiert wieder runter weil ich seh nicht wie irgendjemand was baut oder so ja ruhig und man kann ja nicht auf ne 2 also 3er Fläche schillen theoretisch schon ja aber ich meine man würde sich schon ein bisschen ausbauen wollen ja da oben ist niemand und und das heißt mal da muss ja da ist das ja ich weiß da ist ein Team Mikau okay die Verzweifel dir sind oh Gott zweifelte Meister ja ja oder so ja die haben uns gesehen fuck ja das war's doch wohl schade ah die werden mich rausfokussen schade oder schneller geh du oder na können wir nicht die sind na lauf weiter nach vorne wer ist hinter uns Mika und der andere warte lauf weiter der eine ist doch nur Dingsda der eine ist nur von Ivan mit einem können wir holen ich weiß aber es gibt es trotzdem lass den einen einfach rausfokussen wenn es geht ja können wir nicht komplett weil sonst wird einer von uns tun wie man oh da ist noch jemand mit einem Bierhelm was glätt wenn du rennst dann kann es dich doch weiter wohin aber was machen wir oh fuck damage schade einfach weg warte es ist ein anderes team so mystic und birdie es ist immer alles wollen wir auch die turn was haben ja ich weiß nicht wir haben halt nun dir hin wollen wir einfach auf die turn ok ich geb und dann die turn wir ok ok pass auf die haben garantiert lava ich auch wollen wir mystic ein bisschen raus tag also nicht komplett aber halt raus target ja ja ausgeletterten hit of mystic ah es ist reg schade egal ich bin direkt vor kommst du na pass auf die können auf dich turn ich weiß direkt turn die safe wollen wir einfach weg nee ich nein pass auf du bist richtig weit vorne ja ok jetzt nicht mehr jetzt haben wir gleich weg Achtung jetzt turn sie ich habe einen crit er hat einen crit ich bin low ich bin jetzt kurz red schaffst du es h ich habe mich noch in lava gesetzt Kallero